Hey, ho meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP und zwar spielen wir eine Runde Zipis, also Bad Wars 8x2 mit der Lizza! Hallo! Hi! Ja, ich bin die Lizza. Ganz unbekannt auf YouTube. Neben mir. Uns. Okay, wir tragen den. Ach ja, uns ist jemand hinterhergesprungen. Oder wir sind eben hinterhergesprungen. Kannst du kommen? Ja, ich komme gleich. Nein, sofort! Ja, ich bin noch hinter dir. Ach, der Kacke. Komm jetzt! Wacht! Enjoy my bed! Alter, es ist laut! Oh! So, komm mal her, zwölf. Und somit, ich will dich ausradieren. Ausradieren aus deinem Leben. Oh no, musst du gemein sein hier. Ach ja, komm halt raus. Was willst du denn erreichen in deinem Leben? Ich den sowieso. Ja, fege ihn. Fege ihn. Sag ich doch! Boah, ist der für Ping hat... Fuckin, ey, ich hatte nur ne Pizzacke. John Cena! Ja, John Cena, ist okay. John Cena, hi! 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 Warum hör ich mit dir ein Echo? Was soll denn das? Eigentlich nett. Cool. Also ich hab eigentlich Kopfhörer an. An? Ja. Alles cool. Alles cool. Boah, jetzt wird er gleich mit seinem krassen Cop-Web kommen, ey. Ich glaub eigentlich auch. Jetzt werd ich ihn gleich runterschlagen, dann sitzt er voll krassen Cop-Web, ey. Also falls ihr Twirken in der Mitte nicht kennt, das ist der, mit dem ich die letzte Runde Battles aufgenommen hab. Btw. Blitzer! Da kennt dich einer! Hä? Woher kennt er dich? Noi. Nein! Oh, ich verkackigeln. Warum kennt der mich? Stell dir mal, bitte. Kannst bald mit nem Premium Plus Ding da aufnehmen. Ach, komm, hör auf. Hey! Ah! Verdammt! Hat der mich getrickt? Blitzer kann ich in dein FL? Privat, Leute. John Cena! Und Toni, gebt euch wie ein abgehobener... Jetzt hast du dem was ins Ohr gesetzt. Fühlt euch wohl... Fühlt euch cool wegen Target. Zwergende Mittelstreifen, gerade. Blitzer, guck mal rechts neben dir. Wo ist rechts? Da. Ach, da. Gut! Man merkt, ich bin Top-Spieler. Ja. Die Ruhe-Legende. Ich hab mein Ur-Chakra ausgepackt. Ja, ja. Ja. Blitzer, kannst du mir eine Feuer nehmen? Alter! Mann, die nervt mal schon wieder! Übrigens gar nicht laut im Kopfhörer, nö, nö. Hörst du das? Was? Ich hab das in meinem Sextech-Fack an. Dieses Herr-Jons-Szenar. Äh, wir müssen nur noch die zwei Blauen killen. Und ich bin gerade runtergelaufen. Ach, du meine Fresse. Ey, die sind in der Mitte, ne? Wir haben no Chance. No Chance. No Chance. Alles klar. Ich komm jetzt lieber zurück, die Equipment. Scheiße, da ist bei blau. Äh, bei rot. Bitte, Litzer, ich brauch Hilfe. Was? Achso, du postest zurück, Alter. Jetzt konntest du mir nur einen Helm machen. Abgehoben. Hast du die beste Brustplatte? Ja. Nein. Ist das irgendwie ein Mülleimer oder so? Okay, wir bauen jetzt einen EP-Schutz, okay? Alles klar. Ein EP-Schutz ist nein. Wenn er mir jetzt runter schießt, schreie ich übrigens ganz laut. So ungefähr? Ne. Lauter. Nein. AAAAAAAA! So ungefähr. Mann! Ich hasse Leute, die mit Bogen spielen, ne? Also nur Offense und so. Ja, meistens immer auf den Zweier, ne? Was hat er jetzt vor, um seinen Bogen zu spammen? Ja, Busch. Oh Mann. Ähm. Schon random, schon ab, oder? Zwirgende Mitte belabt mich die ganze Zeit, weil wir ihn getargetet haben. Ah. Oh, wie kann man denn nur mit Bogen spielen? Ich will dich voll. Der EP-Schutz ist nicht toll. Er ist wunderschön. Ich finde auch, ne? Ist wunderschön, die John Cena. Ich will jetzt eigentlich einen coolen Special-Special-Effekt im Video einfügen, aber ich weiß, dass ich das eh nicht kann. Habe ich es einmal gleich gesagt, verstehst du? Ist nicht nur so bei dir. Warum hast du... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, das ist Kerstin. So, was machen denn die Blauen? Die Blauen... Haben die gerade... Ne, okay, oh ne. Okay. Okay, ich check ein kurzes Stats. Ganz schön, Randy. Und der andere. Ist ja noch schlimmer. So, eigentlich sind die nicht gut. Deswegen spielen die auch mit Gold. Aber okay. Also ich habe ja nichts gegen Spieler, die mit Gold spielen, ne? Aber... Wenn man so... Also, das geht gar nicht. Ja, wenn man so mit Gold spielt wie gleich Mitte, also Johannes, dann ist ja okay. Aber wenn man sich halt in die gegnerische Base stellt und dann mit Bogen spamt, dann könnte ich am liebsten nur schreien. Da, da, da. Ja, genau so, genau so. Da, da. Wie kann man so spielen? Und vor allem... Das ist an die Jeepler, genau. Da. Hache noch kurz. Kein Vollhorts habe ich getötet. Hääääääaatz. Easy. Hast du beide? Ne, aber eine. Echt jetzt? Also, den, den du nicht gehittet hast. Nein! Wies leckt! Oh mein Gott, der hat einen Eisenschock. Der ist low auf jeden Fall. Also, so angehender, hab ich ihn. Komme. Ah, der Weg kommt ja gar nicht. Ist ja gar nicht! ich bin das ist so gut die die oder nein du schießt nicht nein auf mit dem Bogen zu spammen. Hör auf, danke. Aua! Hör doch bitte au! Da geht in die Mitte! Aua! Easy! Aua! Er war einfach nur verdammt GG Warum so viele Miet-Kucker? Scheiße ich hab Hex Och der hat wieder meine Hex aufgeteckt Wie hier einfach alle zugucken Das hab ich ausgesehen geschrieben meinem FLS-Spielmarkt Gut also ich hab Reg wollte ich nur mal sagen Falls irgendjemand mich reporten möchte Doofies Entschuldigung das ist mal Chatbar Nee ist nicht Chatbock Chatblockbar Aber na gut ich würde einfach mal sagen Was schreibt mich jetzt bitte an Ja ich würde auf jeden Fall mal sagen Falls ich die Runde Bad Wars TBs 8x2 mit der Liza 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 gefallen hat Liza 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 Wenn ihr dabei warst schaut bei Schaut alle mal bei Liza vorbei Und ja wir sehen uns dann im nächsten Video Hört rein und ciao Ciao Tschüssi Danke Tschö Tschüssi 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 Vielen Dank.